hallo willkommen zurück zur strange preade in die tunnel war die jetzt stufe 1 genau okay hast du noch inventar ein oder ach so muss ich doch fertig drücken ja beide nur dann ist es instantaneous okay okay Ja, schürt Ach, du hast auch einen! Ah ok, das ist der Skill, den die auch hatte. Ah, ah. Aber das hat überlebt. Aber das hat überlebt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Dann Stufe 2 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2018 Stop! Oh, fantastic! The fully automatic order! Bazaar! How amazing! Fully charged and good to go! BTF? Also ob du schon drei Waffen benutzt hast? Ha! Wann ich? Nein, eine! Ich wollte gerade eine einsammeln. Ich hab gesehen, dass du die oben nimmst, aber die unten war auch schon weg. Ich habe keinen Waffen, aber ich bin der eine Waffe. Ich habe keine Waffe. Ich habe keinen Waffen. Ich habe keinen Waffen. Ich habe keinen Waffen. Diese Waffen ist meine Waffen! Alles klar. Ist aber... Wie lange spawnen die denn noch Gegner? Hallo? Ach, na also... Ich glaube wir hätten noch den anderen Weg gehen können, witzigerweise. Ach so... Ach so... Au... Wait, what? Standest du mir im Weg oder was? Das Ding ist irgendwann im Gesicht explodiert. Soviel zu meiner explosiven Waffe. Kann mich einfach selber gesprengen, weil du drinnen standest. Ich weiß echt nicht, was das für ein komischer Angriff ist. Kann ich eh drücken? Warum? Ach... Ach, jetzt ging's. Wir sind zu schnell. Ah, wir sind unter Wartheim. Also eigentlich sind wir nicht zu schnell. Ja, aber sie spawnen so langsam, dass wir hier schon so... Ich meine, was soll das? Was ist da hinten? Ja, wir können die durchschießen halt. Oh, Bush, hang your head in shame, old chap. Oh... Oh... Naja, jetzt hab ich natürlich nicht... No dying... ...weil du explodiert wirst. Oh man... Hast du die Explosion selber auch gesehen, oder...? Ich hab's nicht... Ich hab's nicht gespürt und nicht geniht. Ich hab's nicht gespürt und nicht geniht. Okay... Äh, das noch erledigt, das noch erledigt, okay. Dann machen wir... Ähm, bewerten nicht vergessen und ciao! Tschüss! Tschüss! Tschüss!